Ich heiße Isabel Rueda und arbeite im 3D-Druck-Lab von Siemens. Wir entwickeln neue Materialien, neue Verfahren und Software für diese Technologie. Das Produkt kann überall auf der Welt hergestellt werden. Man braucht nur einen Computer mit Design-Daten, Produktionsdaten und einen Printer. Mit dieser Technologie können sehr individualisierte Produkte hergestellt werden. Heutzutage gibt es schon Brillen, Schuhe, Kleidung, aber auch in Zukunft werden wir Lebensmittel, sogar Organe mit dieser Technologie sehen. Mit 3D-Druck-Technologien verbrauchen wir weniger Energie, weniger Materialien, weniger Ressourcen. Mit dieser Technologie machen wir schon die ersten Schritte für eine nachhaltige Zukunft. 3D-Druck ist der Weg zu einer klimaneutralen Produktion. 3D-Druck-Technologie 3D-Druck-Technologie 4D-Druck-Technologie